Kommt eine Frau zum Frauenarzt und legt sich nackt auf den Stuhl. Der Arzt zieht gerade noch seine Handschuhe an, dreht sich um und kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Was ist das denn für eine Riesenvagina? Die Frau schaut etwas verschämt und sagt, ich wurde bei der letzten Safari von einem Elefanten vergewaltigt. Hm, meint der Arzt, Elefanten kenne ich, aber deren Ding ist doch nicht so dick. Stimmt, sagt sie, vorher hat er mich noch ein wenig gefingert. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und bitte diesen YouTube-Kanal abonnieren.